So, nur ganz kurz ein Video am Mittwoch und zwar diese ganzen Sachen, die jetzt rausgekommen sind über die Impfung oder über den Karl Lauterbach, was ich auch gepostet habe. Da hat der Gegenwind auf Facebook nicht lange auf sich warten lassen. Bevor wir jetzt starten, hier störtepriester.de, der Reiter Support, komm in meinen Telegram-Kanal, der ist hier mit dem Link markiert. Check auch die ganzen anderen Links aus und ich zeige dir jetzt einfach mal was. Hier zum Beispiel, das waren die Antworten drauf. Ich habe da zum Beispiel in einer Gruppe oder auf irgendeinem Profil auch dieses Video vom Julian Reichelt gepostet. Der hat er da auch ziemlich gut aufgeklärt. Hier habe ich es gepostet. So, und hier kommt jetzt gleich die Antwort und das ist so eine Standardantwort, die man auch öfter lesen wird. Mike Priester, naja, Boulevardjournalismus, der untersten Schublade, vom Praktikantinnen Grabsch Reichelt. Im Bild, Slang, das Sexmonster. Das kann ich nicht wirklich ernst nehmen. Und wir sehen jetzt da schon mal, was da passiert. Was da bei diesem Julian Reichelt vorgefallen ist, das wissen wir ja gar nicht, was da mit dieser Praktikantin war. Und vor allem auch nicht, was da vorgefallen ist. Und das ist schon mal so das erste große Problem, das Framing. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass dieser Julian Reichelt sexuell irgendwie ein bisschen härter unterwegs ist. Mag ja alles sein. Aber das heißt ja deswegen noch lang nicht, wenn das so wäre, dass das, was er sagt und zum Besten gibt, dann grundsätzlich falsch ist, oder? Aber was hat das jetzt damit zu tun, auch wenn er was mit einer Praktikantin gehabt hat? Aus welchem Grund auch immer, den ich nicht kenne und wo ich gar nicht weiß, was da dazwischen gelaufen sein könnte. Aber was hat das jetzt mit dem Thema an sich zu tun oder mit der Recherche? Hast du eine ordentliche Statistik zur Hand, wo du das Hieb- und stichfest belegen kannst? Müsstest halt mal ordentlich recherchieren. Das können die Erwachten doch angeblich so gut. Also er macht sich darüber lustig. Und jetzt zum Thema Statistik. Der Karl Lauterbach hat ja gesagt, schwere oder schwerste Nebenwirkungen, was man sich darunter auch immer vorstellen kann, einer von 10.000. Und erst hat er gesagt, einer von 20.000. Was stimmt denn jetzt? Und jetzt die Frage an dich. Wenn der Lauterbach sagt, einer von 10.000, ist es dann eher untertrieben oder ist es eher übertrieben. Wie machen denn das so Politiker? Können wir jetzt an der Stelle nicht beweisen. Aber war es in der Vergangenheit nicht oft so, dass man nach so einer Salami-Taktik geht, dass man immer nur so ein Stück weit zugibt und wenn dann weiter nichts passiert, dann bleibt es dabei. Und erst wenn das dann weiter aufgedeckt wird, naja, dann war es halt dann vielleicht einer von 5.000. Ich persönlich glaube, aber Glauben gehört in die Kirche. Ich kann es nicht beweisen. Aber wenn der Karl Lauterbach sagt, einer von 10.000, dann könnte ich mir zumindest vorstellen, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Schreib es mir in die Kommentare. Und dann schreibt er weiter, ich helfe dir gerne bei der Prozentrechnung, mit der viel Querdenkende auf Kriegsfuß stehen. Also wie viel Prozent sind 400 von 4,4 Millionen? Erstmal selber überlegen, die Auflösung steht weiter unten. Ja, da zeigt er mir jetzt, wie er Prozent rechnet. Alles gut und schön. Wir können das auch selber nachrechnen. Das ist im Endeffekt auch ganz einfach. Wenn der Karl Lauterbach sagt, einer von 10.000 und da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das geschöndelt ist. Ich gehe nicht davon aus, dass das das letzte Wort sein wird. Aber lassen wir uns überraschen. Dann wissen wir auch, dass es 10 auf 100.000 sind oder dass es 100 auf eine Million sind. Und die Bundesrepublik hat ja 80 Millionen Einwohner. Dann sind wir schon bei 8.000. In Wirklichkeit sind wir dann bei 82 oder bei 85 Millionen sind wir ein bisschen schwer zu sagen. Sagen wir mal 83 Millionen derzeit in Deutschland. Dann sind wir schon bei 8.300 Menschen. Jetzt ist eben die Frage, was ist denn die Dunkelziffer? Gibt es die überhaupt? Und wenn man sich jetzt auch die Menge vorstellt, 8.200 Menschen mit schwersten Nebenwirkungen, dann weiß ich jetzt nicht, ob man das so als Kollateralschaden da einfach so abtun kann. Du kannst es ja auch mal so selber so überprüfen, wie viele Einwohner hat deine Stadt. Meine Stadt hat 16.000 Einwohner circa. Und das wäre dann bei mir so gesehen die halbe Stadt. Ich gehe aber eher davon aus, wie gesagt, Meinung kann ich nicht beweisen. Ich möchte ja auch kein Blödsinn sagen. Ich sage nur, was ich glaube oder wovon ich ausgehe. Danach darfst du aber jetzt nicht gehen, dass das möglicherweise dreimal so hoch sein könnte. Also möglicherweise mehr als meine ganze Stadt. Weil mir stellt sich auch die Frage, die Menschen, die dann zum Beispiel plötzlich und unerwartet verstorben sind, könnte diese Impfung was damit zu tun haben? Ich weiß es nicht. Aber auch die Frage, ist es hundertprozentig sicher, dass die nichts damit zu tun hat? Gut, dann hat er das ja auch hier so ausgerechnet. Da kommt er dann auf 0,009. In Wirklichkeit ist es 0,01. Wenn man jetzt nach dem Karl Lauterbach geht, ist halt auch so ein bisschen geschönelt. Und das hört sich halt nicht viel an. 0,01 Prozent der Bevölkerung. Das ist aber verdammt viel. Also mir wäre es halt zu viel. Und so wird das halt dann gezeigt. Und dann sagt jeder, ach, das ist ja nichts. Das ist ja nicht viel. So, dann geht es weiter. Der hat sich dann gar nicht mehr eingekriegt. Als Ergänzung zur Prozentrechnung von gerade eben. In Deutschland lag die Letalitätsrate durchschnittlich bei rund 0,44 Prozent. So, Letalitätsrate, das bedeutet also Menschen, die da dran gestorben sind im Endeffekt an Corona. Die betrug 0,44 Prozent. Das muss man halt jetzt auch glauben. Wie kann man das denn jetzt eigentlich genau in Daten packen? Der schmeißt da halt eine Zahl hin, die sehr, sehr hoch ist. 0,44 Prozent. Aber stimmt die Zahl überhaupt? Ich habe da zumindest andere Informationen, dass es sich da um eine andere Zahl handelt, die viel geringer ist. Denn diese ganze Übersterblichkeit, das kann man ja zum Beispiel dann nachschauen bei der Pandemie in den Rohdaten. Das ist übrigens auch ein Mathematiker. Dieser Marcel Barz, der zeigt das ganz gut auf in den vergangenen Jahren, dass wir da gar keine Übersterblichkeit hatten nach den Rohdaten. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Ich habe mir das auch so weit alles reingezogen. Und dass die Übersterblichkeit jetzt erst kommt. Warum? Und ist es wirklich so, dass diese Letalitätsrate bei rund 0,44 Prozent lag, was da gezählt wurde? Oder wurden da eventuell auch Tote gezählt, da wo der Zusammenhang möglicherweise nicht so einwandfrei nachzuweisen ist? Zum Beispiel, es ist jemand an Corona infiziert und wird vom Bus überfahren. Wird er dann als Corona-Toter gewertet? Ja oder nein? Ich hatte diese Info, dass das schon sein kann, dass der im Endeffekt als Corona-Toter dann gewertet wird. Und dann läuft das alles in solche Zahlen da rein. Aber ich bin nicht sicher, ob man so dann wirklich seriös rechnen kann. Gut, was schreibt er weiter? Also 440 von 100.000, die an Corona erkrankt sind, daran gestorben. Da ist halt die Frage, sind die wirklich an Corona gestorben oder mit Corona gestorben? Auf das Beispiel Hessens bezogen sind circa 12.500 Menschen verstorben. Für die Geschädigten durch Long Covid kannst du die Zahl locker um gut das Zehnfache erhöhen. Also 125.000 Fälle. Also das ist für mich ziemlich viel Fantasie, was der gute Mann da reinpackt. Hört sich ja so total seriös an. Vielleicht ist der auch Lehrer von Beruf. Und ich denke mal, wenn man da keine Ahnung hat, dann findet man das irgendwie solide. Bloß der Zaubertrick ist für mein Dafürhalten in den Zahlen selbst. Was sagt der schmierige Journalist Reichel zu den Fakten? Jetzt wird er als schmieriger Journalist bezeichnet. Warum lässt man da diese ganze Wertung nicht einfach weg? In einem Interview, da war er noch bei Bild und hatte dort Frauen sexuell belästigt. Hatte er sinngemäß gesagt, wen interessieren schon Fakten? Emotionen sind wichtig für die Schlagzeilen. Das weiß ich nicht, ob er das gesagt hat. Aber was hat das denn damit zu tun, seine Sexualität? Ich kann das ja gar nicht nachprüfen. Hat er wirklich Frauen sexuell belästigt? Oder wann belästigt man denn eine Frau sexuell? Wenn man sie fragt, ob sie mit einem Kaffee trinken geht heutzutage? Das ist ja auch alles so ein bisschen umstritten. Und wir sehen es, was da angewandt wird. Übelster Frame. Praktisch, der belästigt Frauen sexuell. Das wird in den Raum gestellt. Wissen wir das, ob der wirklich Frauen sexuell belästigt hat? Oder ob die Frauen das möglicherweise sogar wollten? War jemand von euch überhaupt dabei? Und aktuell schaut es ja auch so aus, dass er nicht gerichtlich verurteilt wurde wegen sexueller Belästigung? Oder wisst ihr da etwas anderes? Aber ich finde das immer etwas schäbig, wenn man das dann immer da drauf rauslaufen lässt und dann immer so ein Framing anwendet. Praktisch, der hat aber das und das gemacht, was mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Und deswegen ist das Thema dann auch Blödsinn, oder? So, dann habe ich geschrieben, ich glaube einfach, dass du resistent bist und voll drauf reinfällst. Du kannst den Nutzen gar nicht berechnen und bestimmen, weil du gar nicht weißt, wie es ohne ausgegangen wäre. Für mich purer Unsinn. Und jetzt, ich habe beim Bekanntenkreis auch einige, die sind dreifach geimpft und die haben dann trotzdem Corona bekommen. Manche auch einigermaßen schwer. Und dann sagen sie, hätte ich mich nicht impfen lassen, wäre ich daran gestorben. Aber woher wissen die das denn eigentlich? Ja, wie kannst du das denn jetzt eigentlich genau nachweisen, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, dass du dann auf jeden Fall gestorben wärst? Und wie kann ich das in Zahlen dann belegen und ausdrücken? Und da findet für mich oder für mein Dafürhalten dieser ganze Zaubertrick statt. Und dann schreibt er, Mike Priester, Mai, wer sich Logik und einfachster Mathematik verschließt, ist für mich nicht ernst zu nehmen. Demenzkranke Feldhamster sind im Vergleich intellektuelle Giganten gegen so manche Quervernagelten. Danke und tschö. Und dann hat er mich blockiert. Zum Glück habe ich das noch gescreenshottet. Und ich verstehe jetzt auch nicht ganz, wo ich mich der Mathematik verschließe. Die ganzen Rechenwege, die sind einleuchtend. Das ist für mich alles klar. Ich bin nur nicht sicher, ob diese Bezugsgrößen und diese Zahlen so stimmen und ob man die so erheben kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, der Nutzen, der war viel größer von dieser Impfung. Aber wie kann ich den Nutzen genau erheben? Jetzt hast du dann einen Bekannten, der ist komplett durchgeimpft, hat Corona, dem geht es richtig dreckig und dann sagt er, ohne Impfung wäre er gestorben. Aber woher wissen wir das denn, dass er ohne Impfung gestorben wäre? Da müsste man den ja klonen in einer Parallelwelt und dann einmal ungeimpft und einmal geimpft. Und dann, wenn der Ungeimpfte dann stirbt oder umgekehrt, dann könnte man da eine Statistik erheben. Aber so sind die Zahlen für mich zumindest irgendwie so Kaffeesatz, Leserei. Und wir können da auch mal reinschauen. Hier bei dem Marcel Barth, der sagt es ja auch ähnlich, dass es da höchstens einen Gummibezug gibt. Schauen wir mal. ...gestorben. Also beides hat Einfluss auf die Sterbefallzahl und kein Mensch weiß, wie groß war welcher Faktor. Und deshalb bin ich der Meinung, darf man hier keinen Betonzusammenhang herstellen. Corona, die Krankheit, ist die Ursache für erhöhte Sterblichkeit, sondern bestenfalls ein Gummizusammenhang. Genau. Und das kannst du dir selber auch noch mal anschauen. Das findet man hier, also da ist der Link eingeblendet, oder einfach Marcel Barth eingeben. Und die Pandemie in den Rohdaten, da würde ich mal den ersten Teil anschauen. Und das hat er dann noch etwas korrigiert. Ich meine, die Grundgedanken, die blieben gleich. Aber er hat hier und da ein paar Stellen gefunden, wo man es noch ein bisschen schöner darstellen hätte können. Und das hat er in dem Video gemacht. Ich habe mir da alles reingezogen. Und dann kann man sich ja seine eigene Meinung bilden. Ob das immer so richtig ist, aber ihr seht es ja selber, man wird als letzter Vollidiot dargestellt. Aber so richtig sagen kann es doch gar keiner. Und anfangs hieß doch, es gibt keine Nebenwirkungen, so wie es der Lauterbach gesagt hat. Und jetzt auf einmal doch schon. Und jetzt ist, dann war es einer von 20.000, jetzt ist es einer von 10.000. Kommt da noch was, oder ist das jetzt das Ende der Fahnenstange? Und das sind halt schon so berechtigte Fragen, die ich mir da stelle. Gut, das reicht für heute. Hier stört der Priester.de, der Reiter Support. Bitte meine Links checken. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim nächsten Video. Hau rein, bis dann. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du dir auch meine Songs herunterladen. Auf iTunes, Amazon. Ein Song allein kostet nicht wirklich viel Geld. Er unterstützt mich immer sehr, sodass ich praktisch neue Projekte finanzieren kann. Falls du das möchtest, falls dir die Musik gefällt, wäre das die Anlaufstelle. Des Weiteren kann man auf Amazon auch meine Bücher und T-Shirts kaufen. Ich blende die Links unten ein. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch meinen eigenen Shop auf störte-priester.de. Hier findest du alles rund um meine Band Störte Priester. Und ich werde dir alle Links nochmal unten in die Videobeschreibung posten. Vielen herzlichen Dank.